Alle! Soviel ich weiß, ist er ihr Neffe. Ich werte diese Beleidigung als Zeichen ihrer Hysterie. Ich hätte das Duell beenden müssen. Als Fechtmeister hast du kein Recht Genugtuung von Bercher zu verlangen. Das ist keine Ehrensache, sondern Rache. Sie hat gerade den ersten weiblichen Fechtclub gegründet. Sie schreiben, dass meine Moral mich in Tragödien verwickelt? Ich verlange genug Turm. Ein Mann duelliert sich nicht mit einer Frau. Ein Duell ist eine ernste Sache und kein Spiel. Wollen Sie sich wirklich duellieren? Ich habe gesehen, wozu Menschen fähig sind. Es heißt, das Blut wäscht die Ehre rein. Und die Liebe? Während des Duells sind alle Schläge erlaubt. Ist Ihnen klar, in welcher Scheiße ich stecke? Bercher ist ein Freund, ein mächtiger Mann, ein Kriegsheld. Feuer! Was ich hier verteidige, geht weit über ein Duell hinaus. Ich weiß. Alle! Was Kolonel Bercher angeht, handelt es sich leider nicht um Ehre, sondern um Mordgelüste. Alles losnitte! Alle! Alles losnitte Playing Vielen Dank.